Hallo, entschuldigen Sie bitte. Ich wurde in die AC versetzt. Du kannst dich neben das Mädchen da setzen. Es stinkt mir, dass man mich seit zwei Jahren Mikro nennt. Deine Zeichnung, deine Akte also, die finde ich super, doch wirklich. Tut mir leid. Ich verspreche dir, wir reden nie mehr über deine Sexualität. Du stinkst nach Benzin. Halb so wild. Die Schläger von heute sind die Opfer von morgen. Hast du nie davon geträumt, unabhängig zu sein? Zu machen, was du willst, ohne dass du jemanden um Erlaubnis fragen musst? Wir bauen uns ein Auto. Was siehst du hier? Ich glaube, ein Haus. Und jetzt? Ich glaube, ein Haus auf Rädern. Genau so ist es. Die Polizei! Wir sind frei wie der Wind. Die Welt gehört uns. Wir leben in der Vergangenheit. Vielleicht schaffen wir es bis nach dem Uhr. Ich hab das Schieben echt satt. Man muss sich anstreben, wenn man mein Freund sein will. Ich bin nämlich total beliebt. Ich kann hier nicht schlafen. Über mein Bett hängt ein Poster von Shakira. Shakira? Wir müssen verschwinden. Worauf wartest du? High Five! Mach ich nicht, ist mir zu billig. Das ist für mich. Das ist für mich. Das ist für mich. Das ist für mich.